Guten Tag. Was denn, was denn, so viel? Na, dann werde ich ja wohl die Miete erhöhen müssen. Ich bin eben Mädchen. Sollte irgendwas im Wohnzimmer rumliegen, kommt es sofort in den Müll. Aber doch nicht die Anziehsachen. Alles. Das dürfen Sie gar nicht. Dazu habe ich ein Recht. Sie wohnen doch bei mir, oder? Und ich habe Sie vorgewarnt. Apropos, hier haben Sie die Hausordnung. Was ist das denn? Äh, das ist für Sie. Ach, für mich, danke. Allgemeine Regeln, Belästigung, Beschädigung, Nutzung des Gemeinguts, Zeitplan. Das sind 20 Seiten. Das ist eine Zusammenfassung. Sind Sie zufällig pensionierter Soldat? Nein, das bin ich nicht. Ich war früher Steuerberater. Ah, das ist lustig. Nicht unbedingt, nein. Doch, ich finde es lustig, weil ich immer in den roten Zahlen bin. Sehr vielversprechend, was die Miete angeht. Ah ja, man lernt sich kennen. Ich habe ihr gerade erzählt, wie ich mein Leben verpfuscht habe. Als du Valerie geheiratet hast. Indem ich mich für die Steuerberatung entschieden habe. Oh Gott, nein, diese Undankbarkeit eines Sohnes. Ich überlasse ihm meine Kanzlei. Und was macht er? Er erzählt sowas. Ich werde jetzt gehen, weil er sonst... Mhm. Also. Und warum genau bist du hier? Um Constance im Nachthemd zu sehen? Hast du alles gesehen? Bei ihrem Nachthemd gibt es nicht viel Nachthemd. Sein Humor ist gewöhnungsbedürftig. Hat sie dir gesagt, dass sie nur auf Probe hier ist? Ich weiß nicht, ob ich sie behalte. Das hat er auch immer zu mir gesagt. Die gesamte Kindheit. Also, ich empfinde Ihre Anwesenheit als sehr beruhigend. Ja? Mhm. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so eine Wirkung haben könnte. Doch. Bei Ihnen gibt es noch was anderes. Sie sind mir sehr vertraut. Ach ja? Das ist nicht nur bei Ihnen so. Das ist ein Beispiel. Dann ist es immer das gleiche Beispiel? Zwangsläufig. Wir haben nicht viele gemeinsame Bekannte. Das kann man sagen, ja. Also, Sie finden mich vertraut und beruhigend? Mhm. Und Sie, wie finden Sie mich? Also, man kann nicht sagen, dass ich Sie beruhigend finde. Aber sympathisch. Nur sympathisch? Ja, ja. Warum? Sie haben doch eine Anzeige ins Netz gestellt. Zimmer zur Untermiete. Sie müssen sich geirrt haben. Ihre Bewerbung ist akzeptiert. Hier haben Sie die Hausordnung. Das sind 20 Seiten. Das ist eine Zusammenfassung. Sind Sie zufällig pensionierter Soldat? Sie duschen seit fünf Jahren mit kaltem Wasser? Wenn das Wasser kalt ist, duscht man viel schneller. Was Sie nicht sagen. Was heißt, keine Jungs? Nein, niemanden. Sie sind aber sehr gesellig. Ja, man braucht Regeln, wenn man in einer Gemeinschaft wohnt. Aber wir wären doch nur zwei. Ah, das ist aber schon sehr viel für mich. Ah, Sie sind der Sohn von Henri. Sie können mich Paul nennen. Mein Sohn ist ein Idiot. Nein, nein, nein. Ein Crumble wird warm gemacht. Weil er mit einer Idiotin lebt. Haben Sie Angst, dass er Schnupfen bekommt? Wie bitte? Ich habe irgendwann Enkel, die haben den IQ eines Goldfisches. Ich liebe Humo. Ganz besonders, wenn er witzig ist. Er ist bei ihr geblieben, weil er glaubt, dass er nichts Besseres haben kann. Aber... Ich kann doch kein Paar auseinanderbringen. Sie wohnen drei Monate umsonst. Ich mach's für sechs Monate. Sie sind aber verdammt käuflich. Ich bin vor allem pleite. Paul, was machen Sie denn hier? Ich finde, Männer werden erst ab 40 interessant. Sie mögen Fußball? Na, aber natürlich. Bodo's Problem ist, dass wir zu viele Spieler verkauft haben. Genau, die verkaufen jeden und kaufen niemanden ein. Das nervt mich. Du warst in einer Diskothek. Das heißt nicht mehr Diskothek. Jetzt wird Club gesagt. No, baby. Haben Sie etwa meine Pantoffeln an Ihren Füßen? Baby. Warten Sie, bis Sie so alt sind wie ich, um zu tun, was Ihnen gefällt. Man hat nur ein Leben, Kostos. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, langsam krümmt sich die Banane. Ja. Warten Sie, bis Sie so alt sind wie ich, um zu tun, was Ihnen gefällt. Ja.